Heute mal wieder am Start mit der Grimfett-Gang und Applaus für die Grimfett-Gang. Wir sind Segermann an die WM mit der Grimfett-Gang. Jeder weiß, was Grimfett ist, denke ich, oder? Das kennt man so in Bayern. Denkst du schon, oder? Wisst ihr schon alle. Jetzt haben wir Brüssel's Fett. Was? Wir begrüßen auch unsere Hörer zu Hause an den Rechnen in 128-Bit-Stereo. Ja, stimmt, das ist ja halt auch. Das finde ich super geil. So, jetzt der Hit aus dem Internet. Lagerhaus! Oh, leck. Ja, was ist denn? Brummel für den Zarr. Ja, was ist denn das? Oh, leck, es ist mir wurscht. Jetzt haben wir jetzt hilft, hey. Beni. Alter, guck bei mir in dein Lagerhaus. Ich garantiere dir, wir räumen dir gleich ins Lagerhaus. Dann ist der Auslattraum vom Lagerraum. Weil wir brauchen nur bloß, um unsere Style zu verschlafen. So ist es mit uns, sind wir da und geht's ab. Und wer ist denn knapp, Mann, der und ich hab. Wir halten euch auf Drabd mit unseren Tracks. Denn dann kriegen wir sogar vom Vorder voll leines Respekt. Wir haben so viel Zeit und mit Vorderverschließein. Denn keiner bei uns galt in die ganze Woche ein. Die Juni bis Ende Mai sind wir krass am Start. Und Hongkau hat die Beats und Jürichs verraten. Dann war der Ohrenschmaus für Jugo und Old. Und mit der Nord, ob der Preuß und dem Bayerischen Wald. Da in die Boxen bis er Bett, die Membranzen reißt. Und jeder auf der Schüssel im Rhythmus scheißt. Denn unsere Mucke ist mein Liebe. Denn ich geh durch Schwung. Fließ einig durch die Läfel und fließt uns im Grund. Und den Untergastkörper, aber nicht aufzudiert. Also rauf, das Peschmamm rassidiert. Alter, kommen wir in dein Lagerhaus. Ich garantiere dir, wir räumen dir das ganze Lagerhaus. Dann ist ein Außertraum vom Lagerraum. Weil wir brauchen nur bloß unseren Style zu verstaun. Ja, ein bisschen lauter, wenn's geht. Wir sind Schäfer, Schäfer als der Schäferste, Radi. Unsere Hundebrote bringen auf jeder Party. Bei uns ist Gaudi kein Fremdwort, sondern Pflicht. Weil ein Karte ober und untersticht. Deswegen ist bei uns auch niemals Schicht im Schacht. Weil wir haben das, was heutzutage auch jeder braucht. Auch wenn sie so nicht wissen, das ist uns wurscht. Weil Böjo sagt mir auch nicht bloß gegen Wurscht. Selbst der Moniker will zu einem Party stecken. Traum bei uns aber nur bis zum Verröck. Korrekte Wunderpläge mit Elektroblitz. Die war voll mit den Einigern, voll in Stries. Und wenn sie glaubt, wir leben ständig noch. Weil der Rot-Botli-Bounce schon was heißen kann. Und wenn jeder andere eine im Einzelnen soll übergehen. Alter, komm bei mir in dein Lager aus. Ich garantier dir, wir räumen dir gleich ins Lager aus. Und dieser Außenraum vom Lagerraum. Weil wir brauchen 500 Autos, um Design zu bestaun. Ein bisschen besser mein Süßenraum. Juhu! Unser Stylish Aaa erect passt überall perfekt. Weil mit deren macht man's grad erst richtig fest. Vollkommen korrekt. Und mit IVersốten, die man eins aus seinem Oberpfalzostraerium umdraun. Stellt einer Klanghaltung bei unserer Show. Einer, der hilft mir schon heilig schon. Lass doch besser bei André, doch geh halt zu denen. Bevor dass er fressen, zeigst meine Lärtspäne. Aber wenn uns der Rest, der wollt noch nie versteht, wird doch jeder bei den Klo und die Mucke abgehebt. Dann wird die Stelle reißen und Saugsuche bringen, dass ich seh, was wir immer schon am besten kriegen. Aber ich hoffe, dass ich so, was ich denke. Ja, die Zweite, die sind ja sowieso nicht mehr zu rissen. Hat zwei Rechte, die uns preislautschen. Sie ist Kaspern, kannst du's wohl nicht schon ablosen. Alter, komm bei mir in dein Lagerhaus. Ich garantiere dir, wir räumen dir dein ganz Lager aus. Dann ist er aus der Traum vom Lagerraum. Weil wir brauchen viel, was unsere Style zu verstaun. Juhu! Juhu! Dankeschön! Dankeschön!